Durch die Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. 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 bestrufen. Ihr traut ewig von Gott. Oh, Herr Jesus, schenkt uns ein Wort, dass jeden Tag nur die Wachter da, und dass wir uns jeden Tag von dir reingelaten, dass wir rei sind, und uns freien zu tun, dass du Wadachamst, und dass alles, was wir für dich haben, können daunen, und wo du hast, uns geführt, die dir daunen, Herr, wir weten, dass du das belohnen wirst. Menschen würden uns das vorhin nicht anerkennen, aber du hast alles ihr Seine, und wir preisen dich dafür, und beten in deinem Namen, Jesus. Amen. Warte, nächste Mal, mit Hoffnungsbeutschaft.